Gegen die drei Fahrer des illegalen Autorennens mit tödlichem Ausgang auf der A66 bei Hofheim am Taunus wird jetzt wegen Mordes ermittelt. Ein Porsche-Fahrer hat sich ja inzwischen gestellt und nach dem dritten Fahrer wird nach wie vor gefahndet. Ja, die drei Männer sollen ja am Samstag Nachmittag mit ihrem Sportwagen auf der Autobahn ein Rennen gefahren sein. Laut Staatsanwaltschaft verlor einer von ihnen bei etwa Tempo 200 die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte einen anderen Wagen. Das Ende eines illegalen Autorennens. Eine unbeteiligte Frau ist tot. Und noch immer wird nach dem dritten Raser mit Hochdruck gefahndet. Sein Lamborghini wurde in der Nähe der Unfallstelle verlassen aufgefunden. Ein Amateurvideo zeigt den Moment kurz vor dem Unfall. Dicht hintereinander rasen zwei Lamborghinis und ein Porsche über die stark befahrene Autobahn, wechseln rücksichtslos die Fahrspuren. Kurz darauf stockt der Verkehr, steigt schwarzer Rauch auf. Einer der Lamborghinis war ins Schleudern geraten und hatte mit einem Tempo von über 200 kmh einen unbeteiligten Skoda gerammt. Aufprall eines der Fahrzeuge gegen die Leitplanke hat das untere Feuer gefangen und zwei Fahrzeuge haben einen Unfall geschehen, sind dann völlig ausgegangen. Am Steuer des Skodas eine Frau, für die jede Hilfe zu spät kommt. Der 29-jährige Lamborghini-Fahrer kann sich leicht verletzt selbst noch aus seinem brennenden Fahrzeug befreien. Er heißt Navid F., ist Iraner, hat auf Instagram mehr als eine Million Follower. Sein Lamborghini ist sein liebstes Fotomotiv, ob Prahlen in der Einkaufsstraße oder mit röhrendem Motor auf dem Asphalt. Meist umgeben von einer ganzen Armada an schnellen Autos. Auch im Stau hinter der Unfallstelle waren auffällig viele hochgezüchtete Sportwagen, zum Teil mit ausländischem Kennzeichen. Navid F. und ein 26-jähriger deutscher Porsche-Fahrer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Frankfurt hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen alle drei Beschuldigten einen Haftbefehl erlassen, und zwar wegen des Vorwurfs des Mordes und auch des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Der 34-jährige Deutschpole, der ebenfalls beschuldigt ist, ist nach wie vor auf der Flucht und entsprechende Fahndungsmaßnahmen laufen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt also wegen Mordes. Sie geht von niederen Beweggründen aus und dass die Raser den Tod anderer Menschen billigend in Kauf genommen haben. Untertitelung des ZDF, 2020